jo 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 freunde und damit willkommen zur nächsten runde es ist mal wieder so weit ich möchte verlieren habe ich richtig bock wieder drauf und deswegen irgendwo wo wir gleich viel los sein hier irgendwo ja ich versuche es einfach hier ja ich möchte das da schon eigentlich da links haben sie rüber junge so dass da will ich haben und da werde ich perfekt landen das sieht doch wunderbar aus perfekt klar nehmen wir müssen zeitlich aussehen ist ja nicht nur einer gelandet ich nehme schon mal erst mal was mit ich habe kein rucksack nein nicht so weit kein fall schaden bekommen ist das denn okay naja nicht genug platz hier ist mein rucksack hier perfekt jetzt noch eine gute waffe und ich bin wirklich da war ich ja schon drin für die uc okay erst mal weiter gucken hier ja danach habe ich gesucht wenn sie brauche ich nicht beste so ich will was cooles haben das ist doch hier alles und nur noch 15 was besser ich glaube polizeiwester stufe 2 ich setze mich jetzt erst mal hin so und dann verteile ich hier erstmal ein bisschen was war nicht ganz gut oder ich würde jetzt erst mal sagen ja so davon rein und dann hoffe ich dass mir hier einer entgegenkommt oder oben stehen baggie perfekt das brauche ich noch das nehme ich den anderen weg so gut wie die anderen schießen brauchen wir das ähnlich da kommt jemand jetzt hätte er noch nicht mal an blödmann heute nicht auf dem häuserkampf lasse ich mich heute mal nicht ein würde ich nämlich eh verlieren eigentlich ist es egal ich verliebe überall für die ump habe ich moni ohne ende nein das nämlich den leuten weg aber jetzt das magaziner wieder schon dran nein noch nicht okay so jetzt zum baggie soll ich zum baggie das ist riskant oder egal wir wollen action haben ach erstmal zum haus klar erstmal zum haus ein bisschen stress machen shit okay der weiß jetzt wahrscheinlich von wo okay wo ist er rumgelaufen ja kräftet 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 kein gutes versteck junge was ist was 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 nein das würde ich nicht machen ich will kann ich nicht an seinen sachen an haus ich will seine sachen haben ja auch hier versuche perfekt kann ich mit junger geilen schild hat jetzt aber auch nicht eigentlich nicht ich danke dir trotzdem so das war das mit dem auto konnte ich jetzt zufällig noch ein auto ergattern ich habe keinen bock auf dem bagger was 48 schuss ja muss jetzt erst mal reichen wo muss ich hin ich stehe ja fett drin wir haben einen rallye streifen noch ein bisschen schneller jetzt ich will irgendwo ein bisschen mittiger top läuft einer rüber danke reicht mir schon weiter wollte ich doch gar nicht jetzt kann er ja noch irgendein anderer benutzen ja ist kalt draußen danke sicher hätte ich habe gar nicht volles leben nehm ich jetzt mal ein bisschen schmerzmittel davon könnte ich eigentlich noch ein bisschen bisschen mehr gebrauchen da steht hier alle rum räum mal auf hier klar noch mehr für die ump schmerzen direkt nein das wollte ich nicht brauche ich doch gar nicht mensch so ihr lasst jetzt aber mal ein bisschen was noch nie die nicht das was ich entfallen auch keine schmerzmittel ist wichtiger das ist die komische wasser statt hier war ja auch noch nicht darüber kommt sie nicht junge okay das auto kam von da hier noch immer fett im punkt drin ja und sei dank haben wir uns handschuhe angezogen wenn man sie den arsch abfrieren ne da gucken wir mal finden ok der wird wohl weg sein oder dreht er da nur und sogar ein auto und wenn ich richtig gesehen hatte hat er sogar einen roten mantel an komm her mit einer gurke ok der fährt jetzt irgendwo rum und wartet da bestimmt der will mich der will mich ok der will mich will ich jetzt aussteigen und dann wird er mich holen er wird es versuchen er bleibt erstmal cool sitzen ja er er ist ja junge 5000 machine da drin oder was so ich will den hier transportieren dann kann ich nämlich beide looten jawohl jetzt ist herausgefallen perfekt wo ist denn sein stoff jetzt ok das nehme ich noch mit scope scope nee 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 das nehme ich nicht mit harmonie soll ich denn nein der mantel fällt auf ne weiße handschuhe sehen auch geil aus so jetzt mal ganz ehrlich wo ist sein schrott oder ist liegt er da noch wo ich ihn gekillt habe ich habe gedacht das kann ich kaputt fahren wo waren das am baum und stein am stein da ja da liegt es er hat nämlich einen geilen helm ich habe genau gesehen eine rote sonnenbrille wo ist wo sind seine helme das finde ich jetzt aber doof so ich fahr aber ein bisschen weiter so wo fahr ich jetzt hin da oben da vorne geht es aber ab so 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 schade den fahr ich hinterher das so 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 das ist doch der schick oder so so halter 32 fachs grob oder was ja der mit dem helf unter geschossen die alte sau hier ist ja noch etwas für mich neuer helm korrekt und das hier brauche ich nicht genug platz ok dann stelle ich hier eine runde noch ein noch ein mit der brille ich sehe so porno aus ja ich kann wieder ein bisschen munition gebrauchen daher noch keiner war nutze ich das glaube ich jetzt mal ein bisschen aus zum suchen verbandszeug nehmen jetzt nicht mehr mit der habe ich genug von nicht die richtige muni ich habe da draußen wieder eingehört ok Ja, gegen den sollte ich mich aber besser nicht anlegen. Der schießt bei weitem besser als ich. Schlechter geht er aber eigentlich nicht. Geh hier auch noch rein? Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Aha, da höre ich was. Das ist aber, glaube ich, noch weiter weg. Oh nein! Ich habe nicht aufgepasst. Na, so weit ist es ja nicht. Mist. Ärgerlich. Los, Digga, du schaffst es. Glaub an dich. Ich bin sogar direkt wie ein Buggy. Da bin ich. Und heilen. Ich glaube, ich schmeiß mir noch einen ein. Komm, beeil dich, Digga. Ich will irgendwo auf dem Berg, ja. Aber ich habe noch immer keine Muni. Das regt mich ein bisschen auf. Okay, den Rest mache ich zu. Und wo kam das? Lauf, lauf. Okay, ich habe ihn gesehen. Okay. Oh Gott, jetzt geht's ja ab. Okay, er ist irgendwo noch da gelaufen. Der andere steigt jetzt irgendwo da raus. Hinter mir können auch noch alle möglichen kommen. Okay, ich gehe wieder erstmal zurück. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem hinter mir. Der mich da abgeschossen hat. Ach, guck mal. Ist der das mit einem Moped? Aber der kann eh so gut schießen, ey. Shit. Da hinten läuft aber. Komm, den will ich noch haben, ey. Mann, den will ich eigentlich haben. Jetzt bin ich tot. Yo, das war's. Shit. Shit. Ärgerlich. Nur drei Kills wieder. Das stört mich. Ich komme nie drüber hinweg. Nie. Aber. Ja, wie gesagt. Den einen hätte ich noch gerne gehabt. Aber was soll's. Kann man nichts machen. Und deswegen würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.